Wichtig beim Deutsch lernen! Machen Sie jeden Tag ein kleines Pensum Deutsch. Die Fragen aus der Checkliste helfen Ihnen dabei. Habe ich heute schon die Vokabeln wiederholt? Habe ich heute schon neue Vokabeln gelernt? Habe ich heute schon die Grammatik wiederholt? Habe ich heute schon etwas auf Deutsch gelesen? Habe ich heute schon einen kleinen Text geschrieben? Habe ich heute schon Deutsch gesprochen? Habe ich heute schon Nachrichten auf Deutsch gehört? Habe ich heute schon einen deutschen Podcast gehört? Habe ich heute schon deutsche Lieder gehört?